Hi, heute gibt es das zweite Sammlungsvideo und zwar geht es heute um alle meine Puder und Fixing Sprays. Ich glaube, das wird nicht allzu langes Video, weil ich darüber nicht so viel zu erzählen habe und auch nicht so viele Produkte besitze. Deswegen, ja, ein bisschen kürzer diesmal, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und viel Spaß mit dem Video. So, wir legen direkt mal los mit meinem Puder, was ich momentan am meisten benutze. Ihr seht es vielleicht auch, das ist Essence Pure Nude Powder. Ich bin ganz gut dabei, das gerade aufzubrauchen, deshalb, das kommt momentan eigentlich fast jeden Tag zum Einsatz, bis ich es endlich aufgebraucht habe. Ich finde es ganz okay, aber auch, es ist nicht der Rede wert. Also ich finde, es gibt weiter schlechtere Puder, aber für den Preis ist es auch ganz in Ordnung. Ich finde nur manchmal, wenn ich wirklich sehr trockene Haut habe, dass es ein bisschen too much ist. Also die Haut sieht dann nicht so schön aus. Es legt sich doll auf die trockenen Stellen, finde ich. Da muss man wirklich mit einer super leichten Hand reingehen, dann ist es in Ordnung. Ja, für den Preis ist es aber schön. Ich freue mich aber trotzdem, wenn ich es aufgebraucht habe, weil es ist immer ein schönes Gefühl. Ja, einmal das. Wie gesagt, momentan fast immer im Einsatz. Dann habe ich hier zwei, zu denen ich dadurch noch nicht gekommen bin und die zu verwenden. Das hier ist sogar noch komplett eingepackt. Von Lottie London habe ich zwei Stück. Einmal das, das ist das Ready, Set, Go. Einmal ist das in rosa und einmal in weiß transparent, sage ich mal. Genau, die habe ich noch nicht getestet, sind lose Puder. Ja, werde ich mal mit euch dann schauen, wie ich das finde irgendwann. Und es geht weiter mit einem ganz, ganz alten Schatz und zwar ist das von Makeup Factory. Früher, als ich YouTube gemacht habe, boah, ich glaube, da war ich noch 16 oder so. Also ist das Ganze zwölf Jahre her. Ja, zwölf, elf Jahre müsste das her sein, habe ich dieses hier zugeschickt bekommen. Da habe ich so ein komplette, mehrere Sets zugeschickt bekommen mit allen möglichen Produkten, die die haben. Und unter anderem war dieses hier, das ist das Light Reflecting Loose Powder. Das finde ich ganz schön, weil das, wie gesagt, Light Reflecting, das ist so ein bisschen, ja, schimmernd. Es sieht einfach schön aus. Es ist ein loses Puder. Ist tatsächlich noch gut was drin. Es hat so leichte Glitterplatten, nicht Glitter, sondern eher so Schimmerpartikel, die man auf der Haut nicht direkt sieht, aber macht wirklich ein schönes Finish. Habe ich nur tatsächlich lange nicht mehr benutzt, wird mal wieder Zeit. Finde ich aber wirklich ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, weil, wie gesagt, sehr, sehr alt. Dann kommen tatsächlich ganz schön viele Catrice Puder jetzt gleich. Scheinbar habe ich von Catrice am meisten. Als erstes mal dies hier, das ist Clean ID Mineral Matte Face Powder in der hellsten Farbe. Das finde ich tatsächlich ganz gut. Das gefällt mir. Ja, kann ich auch nicht so viel drüber sagen. Das ist ganz solide. Es ist jetzt nicht super, super fein oder so, aber es setzt sich halt auch nicht so doll auf meine trockenen Stellen ab. Deswegen das in der Sammlung. Das hier ist optisch mein Favorit. Ist das eigentlich schon immer so? Ne, ich glaube, das ist rausgeplatzt. Deswegen ist es da so schwarz. Aber das ist hier von Catrice Makeup Freezing Powder. Das war mal in der L.E. Das hat diese Tropfen da drauf. Und ich finde so ein Design mit so Tropfen. Ich bin ehrlich, da bin ich sofort Feuer und Schlamm. Ich finde das richtig geil. Auch da habe ich das schon gut benutzt. Ist ein sehr schönes Puder. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, auch wasserfest, meine ich. Das benutze ich nämlich zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie schwimmen gehe oder so. Dann kommt das drauf. Finde ich gut. Noch eins, was ich von Catrice gut finde. Also ich würde sagen, Catrice kann ganz gut Puder. Das ist ja noch recht neu. Soft Glam Filter Powder. Das ist wirklich so cool. Hätte ich mir eigentlich nicht gekauft, hätte ich nicht so viele Reviews darüber gesehen. Das ist wirklich ein Traum. Es macht die Haut so schön. Es hat so einen ganz leichten... Ja, Schimmer will ich nicht sagen. Ich weiß nicht. Es ebnet die Haut so wunderschön. Es sieht einfach toll auf der Haut aus. Ich liebe das. Also wirklich. Das sieht so flawless damit aus. Also ich finde das sehr, sehr gut. Und das benutze ich ultra gerne. Es hat ja auch so verschiedene Farb damit zum Color Correcten. Brauche ich persönlich nicht. Weiß ich nicht. Aber trotzdem mag ich dieses Puder sehr. Ein ganz alter Schink noch. Oh mein Gott. Von Kryolan. Die machen ja so Theater-Make-up, sage ich mal. Das ist ein Dosis Puder. Und steht da zum Verhältnis drauf, wie lange das ist. Okay, eigentlich nur 24 Monate. Wie die meisten Puder wahrscheinlich. Aber ja, Leute. Soll ich euch erzählen, wann ich das bekommen habe? Das habe ich damals zu meiner Ausbildung. Das war in meinem Ausbildungsstarter-Kit. Ich bin ja gelernte Visagistin unter anderem. Und da haben wir das damals bekommen. Und dementsprechend ist das schon... Weiß ich nicht, wie alt. Also, wie alt war ich, als ich die Ausbildung gemacht habe? Auch so 16, 17, glaube ich. Da habe ich das bekommen. Upsi. Ich hoffe übrigens, ihr hört die Katze nicht allzu laut. Weil die eine ist rollig. Und ja. Naja. Wir müssen das Beste was machen. Dann habe ich hier Catrice. HD Baking and Setting Loose Powder. Mattifying Water Resistant Second Skin Effect. Und ich bin ehrlich, das... Wüsste ich jetzt gar nicht, dass ich das schon benutzt habe. Habe ich scheinbar schon. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also, ich habe es vielleicht einmal benutzt. Kann ich also nichts darüber sagen. Dann habe ich ein Bruder, was ich garantiert nur aufgrund des Packagings gekauft habe. Von Kiko Milano. Von innen auch wunder, wunderschön. Ich kann euch aber auch hier gerade gar nicht sagen, wie ich das finde. Oh. Oh, warte mal. Hä? Okay. Das ist so super illuminierend. Also, wenn ich da mit dem Finger drüber gehe, habe ich erstens nicht das Gefühl, dass ich großartig Puder auf der Hand habe. Aber. Jetzt zeige ich euch den Stinkefinger. Aber ich zeige ihn euch so. Da sieht man das. Er will nicht ganz. Ah, Mann. Ja, sorry, Leute. Ich glaube, er stellt sich nicht richtig scharf. Ach, schade. Äh, das will gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich so... Ja, ich würde sagen, das ist ein Illuminating Powder. So ein ganz dezentes. Man sieht so ganz leichte Schimmerpartikel da drin. Aber die sind nicht krass auffällig und nicht super intensiv. Also, das ist kein Highlighter. Aber, ich glaube, das muss ich nur ein paar Mal verwenden. Das interessiert mich gerade. Vielleicht verwende ich das jetzt einmal kurz. Dann kann ich euch kurz da was zu sagen. Also, ich war gerade schon glowy einigermaßen, würde ich behaupten. Und ich finde... Also, ich kann jetzt noch kein Fazit dazu natürlich geben. Ich verwende das jetzt mal ein paar Mal öfter wieder. So, ach ja. Ich muss das andere Puder mal wieder ein bisschen beiseite legen. Lasse ich das noch ein bisschen. Ähm. Es sieht sehr gesund einfach aus. Wirklich. Man erkennt diese Glitterpartikel nicht. Sondern es sieht einfach schön und strahlend aus. Also, ich glaube, das könnte wirklich was sein. Warum habe ich das so lange im Schrank liegen? Mein Gott. Und dann zu meinem letzten Puder. Und zwar ist das dieses hier. Ich persönlich finde das auffällig. Aber dieses Packaging von Puder, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so schön. Das ist von... Oh Gott, wie heißt denn nochmal die Marke? Da steht es drauf. Palace Identity Reindeer Loose Powder. In der Formel No Lines Jade. Oh Gott. Leute, kann mir einer da sagen, wie diese Marke nochmal heißt? Ich komme nicht mehr drauf. Ist das hier dieses Sisi? 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 Ich weiß gar nicht. Oh Gott. Leute. Diese chinesische Marke auf jeden Fall, glaube ich. Die sehr gehypt ist, weil die so schöne Packagings hat. Ich habe mir unter anderem auch das Puder mitgenommen. Hab da aber auch noch andere Produkte. Und auch das habe ich lange nicht benutzt. Was eigentlich eine Schande ist. Weil das ist richtig, richtig gut. Das ist so fein gemahlen, Leute. Oh mein Gott. Das hier unter die Augen finde ich richtig, richtig gut. Es ist wirklich unfassbar fein gemahlen. Also das würde ich auch, wie gesagt, eigentlich nicht über das ganze Gesicht, sondern nur unter die Augen. Und vielleicht da, wo man so ein bisschen Fältchen hat, um das so ein bisschen zu setten. Sehr, sehr tolles Produkt. So, ihr Lieben. Dann kommen wir auch schon zu den Setting Sprays. Beziehungsweise Fixier Sprays. Genau. Hier habe ich eins von Essence. My Power Is Earth. Da habe ich gerade erst, ich glaube, weiß ich gar nicht, irgendein anderes leer gemacht. Ich glaube eher. Ist eigentlich ein Hydrant Prime Mist. Ich benutze das aber nicht dafür. Ich benutze es halt wirklich zum Setten, um das Puder Finish zu nehmen. Dafür ist es okay. Würde ich mir aber nicht kaufen. Aber wie gesagt, es gibt es auch nicht mehr. Das war eine L.E. Ja, ist ganz in Ordnung. Werde ich leer machen. Aktuell leer machen. Tue ich dieses, wie man vielleicht sieht. Das habe ich momentan in meinem Schminkkörbchen und benutze es jetzt, bis es leer ist. Riva Loves Me Dare to Scare. Ich weiß gar nicht, ist das aus dem letzten Jahr? Aus 23? Ich hätte fast gesagt, ja. Ich glaube, das ist aus 2023, aus der Halloween-Kollektion. Ja, nicht der Rede wert. Finde ich jetzt nicht so mega. Also zum Setten ist es in Ordnung. Zum Fixen weiß ich nicht. Ja, ich kaufe mir trotzdem ganz oft die aus L.E. Weil letztendlich das meiste tut, was ich möchte. Und kann ich aber jetzt nicht eine unbedingte Empfehlung aussprechen. Wohingegen ich aber diese drei von Catrice empfehlen kann. Also stopp. Das ist das Gleiche. Shake Fix Glow Spray. Das hat hier, warte, ihr seht es da, glaube ich. Das hat sich da abgesetzt. Da ist wirklich Schimmer mit drin. Das muss man ordentlich schütteln. Den Schimmer siehst du aber nachher auf dem Gesicht nicht so direkt. Also es sieht einfach schön aus. Es sieht glowy aus. Ich mag das richtig, richtig gerne. Also das ist wirklich eins meiner Favorites. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, welches es aktuell zu haben gibt. Ich weiß gar nicht, ob das das Aktuelle ist. Aber die meisten von Catrice sind sehr, sehr gut. Und das unter anderem. Dann gab es das hier mal in einer L.E. Das ist das Sungasm Summer Glow Makeup Setting Spray. Das hat mal 4,95 gekostet. Ich habe es dann für 2,50 gekriegt. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Dann habe ich noch 2 von Catrice. Einmal hier das Hyaluronic Fixing Spray. 12 Stunden Hydro. Ja, da kann ich mir auch noch keine Meinung zu bilden. Also es ist da. Es ist jetzt nicht der Hammer. Es ist auch nicht schlecht. Also ja. Dann Ultralast Fixing Spray finde ich ganz gut. Ich finde, das fixiert wirklich gut. Da steht waterproof, transferproof. Finde ich gut. Also kann ich nicht meckern. Das trage ich zum Beispiel auch wirklich auch mal zum Schlimmen. Dann habe ich eine Frage, Leute. Das sah doch noch nicht immer so aus. Ich habe gerade Angst, dass es gekippt ist. Ich bin gerade... Oder? Ah, doch. Okay, ich verwechsel das gerade. Oh, sorry, Leute. Ich verwechsel das gerade. Aber das hatte ich auch gebraucht. Ich dachte ganz viel aus so einem Set, wo so noch ein Highlighter und so dabei war. Das war nämlich schimmernder. Und da dachte ich, das war doch nicht blau. Aber das kann sein. Ich weiß noch nicht mal, wie lange ich das habe. Ob das relativ neu ist oder nicht. Glow Like a Pro Mattifying Bamboo Primer. Oh, das ist ein Primer. Ja, das sollte man sich vorher durchlesen. Aber ganz ehrlich, ich benutze keine Primer, die ich so aufsprühen kann, bin ich ehrlich. Deswegen werde ich das trotzdem, glaube ich, versuchen dazu... Oder habe ich auch schon. Ich habe es ja schon mal benutzt. Um es einfach zu setten. Also es muss man auch nicht fixieren unbedingt. Aber zum Setten so im Alltag, dass einfach das Puderfinish genommen wird, dafür würde ich das verwenden. Noch unbenutzt habe ich hier ein Glow Mist von Pixi. Ja, wie gesagt, unbenutzt kann ich euch nichts zu sagen. Dann kommen wir zu einem Make-up Fixing Spray von Kiko. Wonder Woman, das war eine LE. Das ist super glowy. Auch das mag ich gerne. Auch wenn ich es noch nicht oft benutzt habe, tatsächlich. Aber die Male, wo ich es benutzt habe, ich weiß nicht, vier, fünf Mal habe ich es benutzt. Fand ich sehr, sehr gut. Und werde ich weiterhin gerne benutzen. Dann habe ich hier von, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie man es sagt, ob es Hau einfach heißt. Hau Cosmetics Indie Good Child Setting Skin Perfekter. Und ich meine, ja, wenn man das schüttelt, sieht man da auch Glitter drin. Also so ganz fein, ein kleiner Mini-Schimmer. Und das sieht auch richtig schön auf der Haut aus. Das habe ich aus irgendeiner Box. Ist ein bisschen teurer, aber das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spray. Und zwar ist das von Ofra, das Rodeo Dry Face & Body Mist. Auch da, seht ihr hier unten, hat sich es abgesetzt. Muss mal schütteln. Ist ganz schön viel Schimmer drin, wie ihr seht. Aber das ist nicht zu viel auf dem Gesicht. Ich finde den sehr, sehr gut. Und das ist eine riesen Größe. Das sind 240 Milliliter. Das wird mir ewig halten. Also wirklich, ich brauche eigentlich keine Fixing Sprays mehr. Ich habe unten jetzt noch welche stehen für ein First Impression. Also die ich wirklich noch gar nicht benutzt habe. Die habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen, weil ich die gerne in dem Video mit euch besprechen möchte. Ja, aber das hier. Boah, ich brauche eigentlich nie wieder eins außer das Gefühl. Da ist so viel drin. Unglaublich. Ja, das war's. Das war meine Sammlung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Sammlungsvideo wieder. Ciao.